Hallo, herzliche Grüße aus der Staatskanzlei in Hannover an die CSD-Community überall in Niedersachsen. Der CSD ist inzwischen aus vielen niedersächsischen Kommunen gar nicht mehr wegzudenken. Er hat über die Jahre wirklich Karriere gemacht und das freut mich. Es ist ein gutes Zeichen dafür, wie sich unsere Gesellschaft zum Besseren verändert hat. Denn wir sind ja nun mal nicht alle aus demselben Holz geschnitzt und dass sexuelle Orientierung nur ein Teil dessen ist, was uns unterscheidet, das liegt nun einmal auf der Hand. Aber wo soll da eigentlich das Problem sein? Menschen mögen eine unterschiedliche Herkunft haben, sie mögen einen unterschiedlichen Glauben haben, sie mögen eine unterschiedliche sexuelle Orientierung haben. Das alles ist am Ende des Tages doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln und wichtig ist, dass wir versuchen, gut zusammenzuleben, zusammenzuhalten und gemeinsam Erfolg zu haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und dass innerhalb dieses Rahmens dann beispielsweise mit dem CSD gezeigt wird, ja, wir sind da und wir nehmen öffentlichen Raum für uns in Anspruch, das ist ebenfalls etwas, was man eigentlich nur begrüßen kann. Und nicht ohne Grund ist es so, dass der CSD in Niedersachsen wirklich über die Jahre enorm an Popularität gewonnen hat. Und deswegen bin ich ganz sicher, es ist ganz egal, wie das Wetter sein mag. Der CSD wird auch im Jahre 2022 bei uns in Niedersachsen wieder ein rauschender Erfolg werden. Ich wünsche viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.